Ein Hallo und dann herzlich willkommen, es geht hier weiter. Ich habe kurz das Exit gemacht, wie ihr seht. Und nun gehen wir in Star Road. Ich muss mal kurz an die Steuerung gucken. Ich habe gerade gedacht, was drücke ich denn jetzt da? Haben wir eine Stelle übersehen? Bonus 1. Ja, geiler Hintergrund. Ach du heilige Scheiße. Boah, geile Feuerbälle. Oh ja, der wirft natürlich auch. Feuerscheiße. Ist mir scheißegal. So, also, wo haben wir stehen geblieben? Genau hier. Jetzt wiederhole ich mich. Oh, komm, das ist, da kann man nicht ausweichen. Blöde Scheiße. Ich bin heute ja richtig schlecht. Komm runter. Ich habe mich schon geahnt, dass da so ein scheiß Feuer-Turm... Oh, wie der da einfach so kurz vor dem Ende die Drehung macht. Habt ihr das gesehen? Mann, was bist du für ein scheiß Turm? Warum will ich überhaupt nicht in Lava kriegen? Ja, ja. Oh, böse. Boah, jetzt sterbe ich in einer Tour. Natürlich ist der Homo wieder da. Mein Gott. Geht doch. Ja, das war doch klar, dass so einer kommt. Lass mich in Ruhe. Ich hab schon genug Leute, die mich nerven. Was war's denn jetzt? Das war irgend so ein Kratzen. Oh, wie auch immer sind. Ich hab noch keinen Mittelpunkt gesehen. Ich hab immer so nebenbei einen. Aber in diesem Spiel sind die Mittelpunkte eh überall. Ja, verdammt. Okay. War doch möglich. Oh Gott, was für ein Glück. Das war kein Kontakt. Oh, das haben wir auch irgendwie überlebt. Hallo? Haha. Oh. Nee, ich will wissen, was da drin ist. Ich hasse mir gar... Oh, ich dachte, er geht jetzt in den Lava. Das wäre ja natürlich richtig böse gewesen. Okay, was ist... Wallah! Was ist da hinten? Waren wir hier schon? Oh, hier verläuft man sich auch so schnell, ne? Ach so, jetzt geh ich nur zurück. Ich trotz in der Gefahr und scheiß drauf, dass ich klein geworden bin. Oh, Hänger. Ja, böser Hänger. Boah, wie soll ich denn da durchkommen? Da komm ich auch nie mal... Ich komm nicht mal hoch genug und... Ich komm nicht mal hoch genug und... Boah, auch nicht. Dann ist das echt nett von dem. Und die Zeit wird knapp. Wusch. Haha, nur zwei Blümchen. Lass mich nicht... Oh nein, da ist einer. Oh ja, sexy. Das mag ich doch. Ich hab so einen Schiss, dass ich ihn nicht treffe, ne? Oh. Jetzt aber. Komm. Komm. Da springst du. Was bist du denn für einer? Alter, da springt er einfach mal so. Kackenbreist. Hoch. Ich glaub, das krieg ich heute nicht mehr auf die Reihe. Oh, wie weit denn... Noch? Oh ja, böse. Aber ziemlich einfach. Bitte Ziel. Ja. Oh, grün ist epileptisch. Das Feuer hier im Hintergrund. Das sieht aber geil aus mit dem Feuer. Brenne. Und grün und rotes Feuer. Mein Gott. Was ist das denn was Scheiße? Hast du ein Vorwärts? Der Vorwärts war doch kein Stern. Ich kann auch nicht gehen. Muss ich gleich jetzt verstehen? Nö. Mario dreht sich schon selbst und krass sagt nö. So, Bonus 2. Oh, nein. Aber wenigstens cool Musik. Da, 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 da. Muhaha. Muhaha. Oh, jetzt schick rein. Daneben. Tot. Oh, oh. Ja, okay. Nach unten. Nach oben. Oh, nein. Das ist doch böse. Nein. Oh. Du sollst doch nichts anderes als diese blöde Plattform wechseln. Danke. Und nicht dabei sterben. Irgendwann du gerade vielleicht an Hochspannung rangekommen bist. Oh, Pilz. Äh, wo ist die andere Plattform jetzt hin? Die ist hinter mir. Ja, okay. Wenn die andere hinter mir ist. Blöd. Oh, ja. Da ist Machtmacht. Da bin ich machtlos. Oh, kein Kontakt. Oh, nee. Das ist so ein scheißgenauer Sprung. Nein. Oh, Mann. Ich hasse den Sprung. Ja, geschafft. Mittelpunkt. Oh, ja. Jetzt wird's noch angenehmer. Oh, jetzt wird's richtig angenehm. Ja, okay. Ich bin froh, ich klein bin. Alles zurück. Was? Ach, das ist einfach. Glaube ich. Ich weiß nicht, wann ich springen soll. Dann ist der Fussi doch da schneller. Geschafft. Und aufschalter mal wieder. Und aufschalter mal wieder. Wird auch ein Schalter kommen, den ich nicht drücken muss, denn nur als Orientierung da steht, um mich zu verarschen. Nein. Nein, nein, nein. Ich kann mich auch ducken. Den krieg ich, wenn's schon. Ich verstehe die Kettensäge da drin nicht. Ja, ich bin so gut. Oh, Ziel erreicht. Weeeeee. Ziel. Ziel. The Desert. Ja, da war mir schon. Äh. The Clothes. Und. The Waterfall. Ne, The Clothes. Wir müssen ja weiterkommen mit der Geschichte. Ich muss nur kurz mal im Ohr kratzen. Ja, ich muss nur auch mal im Ohr kratzen. Ich kenn das ja bestimmt, wenn irgendwas im Ohr juckt. Ich hab das auch manchmal. You juice. Und das war jetzt mein Level. Ähm. Wo ich mir gedacht habe, nein. Das willst du jetzt nicht ernsthaft von mir. Ähm. Wie war die Regel nochmal hier? Press the Switch to Ashi. Ach, ist mir scheiße geil. Es ist, ähm. Es ist zu activate. Achso, activate. Okay. Wir machen natürlich direkt das Secret Exit erstmal. Und jetzt wird's angenehm. Und jetzt wird's lustig. Ja, es ist Secret Exit Time. Das haben sie wirklich böse gemacht. Da kommt man erstmal nicht rüber. Ey, wie soll man da... Hier mach ich lieber Safe State, weil das wird wichtig sein. Daneben. Wie ich mal Kackenreis nicht springe. Ich will überschluchten. Das Leben ist so hart. Ich töte einen Chuck. Weil ich nicht Besseres zu tun hab. Verdammt. Fuck you always. Fuck you always. Nein. Mach hinne, du blöder Dings. Oh, ich krieg die Krise. Ich hasse diesen Ort, ne? Hier wird sehr viel Safe State kommen. Da, 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 da. Tod. Oh, weh. Man zählt die Tode. Warum willst du da nicht springen? Oh, der spawnet mich auch mitten in der Luft wieder, ne? Ja, endlich, ey. Chuck töten, weil ich nicht Besseres zu tun hab. Werd mal nebenbei klein. Doch so soll das Leben sein. Ich spring voll in die Seite rein. Das gibt's doch nicht. Nein. Oh ja, jetzt bist du mitten in der Luft. Und der Chuck ist wieder tot. Scheiß aufs Kleinsein. Oh ja, das war ne böse Stelle. Das war ne sehr böse Stelle. Die hab ich auch nie geschafft. Ich muss einfach nur gerade springen. So. Ups. Nix passiert. Ui. Nein. Oh ja, noch weiter zurück. Ich kann mit selbst letztlich umgehen. Ohne Witz. Den brauch ich noch. Das ist wichtig. Ja, jetzt wird's lustig. Ich scheiß aufs Kleinsein. So, hier haben wir nämlich ein bisschen Sicherheit. Und rausgesprungen. Hui. Das Leben ist so episch. Scheiße ist das. Nein. No. Das schaffe ich nicht mehr. Komm, ich muss auf die Plattform drauf. Ich schaff das nicht mehr. Ich muss hier nochmal neu drücken. Und mach hier auch ein Safe State, ey. Nein. Warum schränkst du nicht, Mario? Mario. No. Ja. Und jetzt macht er wieder einen Sprung. Und stirb. Genau. Stirb. Fall in die Hölle, Mario. Mein Gott. Wie ich diesen Ort hasse. Ich krieg das nicht hin, ne? Ihr seht es selber. Ich bin grad so ein Versager. Na also, geht doch. Und so. Und jetzt geht's weiter. Ja. Ja, als ob der Spaß schon ein Ende hat. Das wäre doch langweilig. Oh ja, du bist ein bisschen in der Luft. Na mal, willst du mich verarschen? Ne. Habe ich dann Safe gesetzt? Ja, habe ich. Oh Mann, ey. Tötet mich doch alle. Ich bin doch nur ein kleiner Klempner. Der hat so blöd, ist auf einer Plattform zu stehen. Das ist eine ganz böse Stelle. Und du springst einfach mal so. Nein. Chuck, tot, 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 tot. Fuck you. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Deswegen bin ich momentan ein bisschen leise. Und wie der Kackenreis dann wegspringt. Wie der da oben überhaupt... Wie der sich da oben in die Röhre reingestehe ich gerade. Drei-Giga-Cheater. Drei-Giga-Cheater. Wir haben es geschafft. Oh, endlich, ey. Oh, was für eine Qual. Allein said you. Ne, wir machen nur das Leichtere. Ey, jetzt nur mal zum Vergleich, ne. Ah ja, der Chuck ist tot. Uh, er kann Baseboile trotzdem werfen. Er ist zwar über dem Abgrund, kann trotzdem noch Baseboile werfen. Ich weiß, hier war ein Goomba, den wir gar nicht gesehen haben. Ich will meinen verdienten Pilz. Leute, den habe ich mir verdient. Was mache ich denn da? Ich wollte um... Ist er jetzt mitten in der Luft gesprungen, der Chuck? Schaut euch das an, wie der cheatet. Alter, schwingt er mitten in der Luft nochmal. Schwerkhaft ausgeschaltet. Ja, okay. Ich habe verstanden, was du mir sagen willst. Du hast den Pilz nicht verdient. Mein Gott. Das ist auf einmal alles so leicht. Und es sterbt trotzdem. Guck mal, er springt einfach mal wieder in der Luft. Das ist so unfair. Wenn man so... Ohne Worte. Wenn man sich das alles so anguckt, ne. Das ist alles so einfach. Und hier ist halt das Ende. Hier kann man nicht raus. Das ist das. Deswegen war das ohne Secret Exit. Und auf einmal... Realistic Exit. Mein Gott, ey. Das war auch eine Qual. Also... Das Secret Exit. Narcy Swarm. Das machen wir heute noch. Wir dürfen das Wasser nicht berühren, ne. Ich will nur testen. Ja. Ja. Was finde ich hier nur noch... Oh, ja. Ja, was bist du denn? Wieder mal kackendreiß auf die Idee kommen, Thomas zu werfen. Oh Gott. Gut ausgewichen. Oh Gott, das Level gefällt. Wo kommt der denn auf einmal her? So'n kleiner... Wee! Komm mal vom Himmel! So, das schaffe ich. Oh Mann. Ja, mach mich klein. Wo hab ich gestorben? Boah, Koopa. Oh, hier kann man rein. Das war Glück. Leck mich. Leck mich! Leck mich einfach. Ich bin weitergekommen. Das ist okay. Leck mich nicht, Spiel. Das hast du gut gemacht. Woher waren wir hier schon mal? Ne, hier waren wir noch nicht. Da springt das Fischstäbchen einfach so runter. Wer ist es denn? Chuck Norrell... Mann, fick dich. Fuck you. Ha, ha, ha. Natürlich schaffe ich das nicht. Leck mich! Ich war im Spin Jump. Oh, jetzt bringt mir das alles nichts mehr. Und ich lande mitten auf dem Chuck. Oh, ich krieg grad... Heute ist nicht mein Tag. Verzieh dich, du scheiß Pflanze. So, den Pilz darf ich aber haben, ne? Leck mich! Du asoziale Plattform. Hast du ein Glück, dass deine Form nicht so groß ist? So. Hui! Da ist direkt eine zweite da oben. Hier kann man eh nichts trauen. Hier kommt alles von der Decke. Kein Kontakt? Das war kein Kontakt. Das war ein... Das war nicht mal ein Pixel. Oh ja, jetzt springst du auch. Jetzt springst du auch. Ich hab den gehört. Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Haben wir es gereicht? Hat es gereicht? Oh, ich bin durchgekommen. Natürlich ist noch kein Ziel hier nah. Ach doch. Was ist hier hinter? Nur so ein Block. Hui! Und wir kriegen hier einfach so weg. Schade, ich hätte gedacht, davon kriegen wir auch ein Item. Einmal auf die Uhr glotzen und ich sehe, wir haben es 10.14 Uhr an Sonntag, klingt 12. August 2012. Und wir sind hier am Bubbly. Und da geht es das nächste Mal weiter. Bis dahin danke ich fürs Zusehen. Ich bin auch Maslin und Masa La Vista. Baby.